Throwback zum Spiel BVB gegen VfB. Ihr glaubt bestimmt, jetzt kommt unser legendäres 4-4 aus der Saison 2011-2012. Es gibt tatsächlich ein Spiel, das war noch bekloppter. Neun Tore und einmal glatt rot. Los geht die wilde Achterbahnfahrt. Das erste Tor macht Giovane Elber. 0 zu 1 nach nur drei Minuten. Julio César patzt beim Gegentor, trifft aber nur zwei Minuten später selbst. 1 zu 1. Dann legt Reuter auf für Sammer. Nach nur zehn Minuten ist das Spiel gedreht. Doch dann das. Für dieses Foul sieht Knut Reinhardt glatt rot. Aber der BVB macht einfach weiter mit den Toren. Das 3 zu 1 durch Heiko Herrlich. Die Ecke kam von Andreas Möller und der macht nach 34 Minuten das 4 zu 1 zur Erinnerung in Unterzahl. Kurz nach dem Seitenwechsel pfeift der Schiedsrichter elf Meter für Dortmund. Stefan Reuter? Ganz sicher 5 zu 1. Spielt der VfB auch noch mit? Auf jeden Fall. Radoslav Gilevic zum 5 zu 2. Das schönste Tor in diesem wilden Spiel schießt der Mann des Tages. 6 zu 2. Andi Möller. Zwei Vorlagen, zwei Tore. Ein Sahnetag für Möller. Fehrt noch der Schlusspunkt. Den setzt Krasimir Balakov. 6 zu 3. 42.000 im Westfalenstadion staunen und feiern den BVB auf dem Weg zur Titelverteidigung. BVB